Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen. Uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ceres. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden. Und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschirm. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Gerald, denk dran. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? Hm. In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Echse. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an. Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige. Schmieden Ränke. Fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit ihr. Finger weg. Was sagst du? Ach! Wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Wann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen? Das ewige Feuer wird unsere Sünden aufbrennen. Verteilung! Machen wir's schnell. Schneller. Und langsam. Ich will ihn spätig. Lebendig. Das ewige Feuer wird unsere Sünden aufbrennen. Es ist nur ein Hexer! Schluss jetzt! Ja! Ich bin lebendig. Lebendig. Lasst euch nicht vollbringen! Das ewige Feuer wird unsere Sünden aufbrennen. Ich bin lebendig. Ich bin lebendig. Lasst euch nicht vollbringen! Ich bin lebendig. Ich bin lebendig. Ich bin lebendig. Vielen Dank. Ich verschone dich nicht. Das ewige Feuer wird Asche aus dir machen. Es ist nur ein Hexer. Das ewige Feuer wird Asche aus dir machen. 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 Ah! Oh! Oh, come on. Okay. Fela. Eh. Mm. Ooh. Oh. Uh. Uh. Ah. Ah. Huh. Was ist das? Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Ich muss sagen, Luke und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Dann kommen die Rittersporn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du da! Herr Räufen will dich sprechen! Ungeduldiger alter Bastard. Nichts. Gehen wir. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Tja, würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Habe ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Habe ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Er spar's mir. Ich will meine belohnen. Geh rein. Sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja. Dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein. Aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamurlack. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert. Aber nicht wo. In einer Ruine in Fernick. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Helle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaubt mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. All die armen Leute, die ihr verbrannt habt. Musik Musik Elik Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020